Freunde, wir sind in Berlin angekommen. Irgendwie finde ich kein Zimmer oder ich finde eins, aber das kostet 17.000 Euro. Falls ihr Zimmer für vier Menschen habt, irgendein Hotelmitarbeiter melde dich. Ich gehe shoppen. Wir chillen am Parkplatz und hören uns diese Talente. Irrenmann, Bruder. Diese Bauchtasche um 15 Euro, ich küsche sie. Ich bin ein Triebredner. Das war niemals von Räder, ja, verratte mir die Brüder. Niemals. Verliebt immer ich selbst. Sie zerreißen am Block dem Alter. Digga, ich seh'n dich. Digga, woher hast du diesen freshen Balenciaga vorbauen? Warte mal, was ist das überhaupt... Städter Baler? Was? Was? Ich war in Monaco und ich habe mir eine bestimmte Tasche gekauft. Ich werde euch diese Tasche heute um 20 Uhr zeigen, weil ich will sie noch nicht lieben. Der ein oder andere sieht hier schon den kleinen Lieb. Aber es wird wild. Der Post wird wild. Oh, ihr habt reingeschaut, Idiot. Ich habe 70 Jahre lang keinen Dampf-Vlog gesehen, Alter. Wild. Ich bin im Studio und bin pissen gegangen. Das ist das innovativste Klo, das ich je gesehen habe. Ich bin im Studio und ich habe das Besönlichste, was ich hier aufgenommen habe. Ich bin der beste Mann. Ich küss deine Augen, Bruder. Danke. Sie sind der beste Mann. Es ist vorbei, Bruder. Das ist vorbei. Untertitelung des ZDF, 2020